Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Python Pandas. Heute mit fortgeschrittener Indexierung, wie auch im Titel schon erwähnt. Okay, also was genau heißt fortgeschrittene Indexierung? Nun, wir kennen schon einige, viele Arten auf das Ding hier zuzugreifen. Das heißt, ich kann von A schreiben, ich kann von 0 schreiben, ich kann etc. etc. Wir kennen Log sogar schon und so weiter und so fort. Heute wollen wir lernen, wie man mit den Dingern eigentlich wirklich umgeht, wenn man sie irgendwie kombinieren möchte. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel mehrere Indexierungsarten miteinander kombinieren, zum Beispiel .log und sagen hier, wie genau wollen wir denn drauf zugreifen? Nun, wie wäre es denn, wenn wir erstmal sagen, also falls ihr euch erinnert, Log wählt bestimmte Zeilen aus und ich kann jetzt hier mehrere Zeilen auf einmal auswählen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte ganz gerne die Zeile an der Stelle A und an der Stelle B. Okay, was dann passiert ist, ja, offensichtlich, wir kriegen A und B zurück. Okay, so weit, so gut, das kennen wir schon so halb. Jetzt kann ich aber offensichtlich, also ich kann ja mehr als eins hier auswählen, das sehen wir hier auch mit so einer Liste im Endeffekt an Indizes. Jetzt kann ich aber auch hierher gehen und kann sagen, okay, ich hätte ganz gerne aber nur eine Spalte davon ausgewählt und zwar die Spalte B in diesem Fall. Und das sieht dann so aus. Dann haben wir nur die Spalte B, aber dafür beide Zeilen A und B ausgewählt. Das ist schon mal ein Fortschritt, das konnten wir davor noch nicht. Das ist, ja, es geht halt einfach schneller so, wenn man die ganzen Tricks kennt. Deswegen guckt ihr ja den Kurs, oder? Um quasi Tricks zu lernen. Okay, jetzt kann es natürlich sein, wir wissen nicht genau, was A und B sind. Wir wollen eigentlich das Ganze über iLog machen. Ja, iLog kennen wir, das ist im Endeffekt sowas hier zum Beispiel, 1 und, wir haben nur 2, ne? Wir haben, ne, wir haben 2. Wir haben 1 und 2 auch noch, also 0, 1 und 2 haben wir nicht. Tja, da haben wir dann schon offensichtlich ein Problem. iLog kann das nicht so richtig. Was wir also stattdessen machen ist, wir gehen hierher und sagen, df, okay, was genau, also wir müssen über den Index hier drauf zugreifen. Und wir wollen eigentlich nur das Erste, also das Erste wollen wir rausfallen lassen. Wir wollen nur mal 2 und 3 nehmen, also B und C. Aber wir wissen nicht, dass sie B und C heißen. Und wir wollen es irgendwie dynamisch halten, falls es mal halt Probleme gibt. Also, was wir machen ist, wir gehen her und sagen, ja, wir nehmen einfach den Index direkt und wählen von dem Ding zwei Stück aus. Das heißt, wir sagen, vom Index hätten wir ganz gerne 1 und 2. Oder ich glaube, wir hatten gerade 0 und 2, na, ist egal. Auf jeden Fall können wir das natürlich auch machen, indem wir hier den Index auswählen und dort dann sagen, nur Spalte B bitte. Was dabei rauskommt, das ist das hier. Ich printe nochmal ganz kurz das volle DataFrame, df natürlich, ups, df, nicht dt. Genau, so, also das volle DataFrame 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir sagen hier, okay, nimm die Zeilen, deswegen Log, die den Index, deswegen der Index, 1 und 2 haben. Das heißt, 0 bleibt weg, 1 ist drin, 2 ist drin, das ist das hier. Also, nimm diese beiden Zeilen, okay, das wäre dann das hier, B, C. Und davon nur die Spalte B, das wäre dann das hier unten. Deswegen kriegen wir hier diese 5, 6 raus. Ja, und so können wir eigentlich relativ direkt sagen, was wir eigentlich haben wollen. Und weil mich das jetzt gerade so gefuchst hat mit diesem iLog, hatte ich nicht, ich hatte nicht wirklich Zeit, die Fehlernachricht zu melden. Aber ich habe mich natürlich vertippt, wenn wir das Ganze nochmal mit iLog probieren. Wir wissen ja, über iLog kriegen wir die Indizes direkt. Das heißt, wir können das hier durchaus schreiben. Problem ist, bei iLog kann ich auch die Spalten nur als Indizes auswählen. Das heißt, ich muss hier quasi auch sagen, ich hätte ganz gerne Spalte 0 oder Spalte 1 in diesem Fall. Und dann kriege ich natürlich meine A-Spalte. Das wäre dann die hier, also 2, 3 von der A-Spalte. Und wenn ich jetzt hier über meinen Namen drauf zugreifen möchte, kann ich das auch machen. Dann kann ich hier einfach sagen, df.columns. Und jetzt muss ich einen Umweg gehen über getLog. Also get quasi den Indexnamen über den Key. Und mein Key ist in diesem Fall, was habe ich gewollt? B wollte ich, ne? Das heißt, so kann ich quasi das Ganze auch über iLog machen. Und so bekomme ich auch dieselben Werte. Also es ist quasi dasselbe. Und ich habe die beiden Sachen vermischt über diese Aufrufe df.index bzw. df.columns.getLog. Geht natürlich auch andersrum. Ich kann natürlich auch df.index.getLog oder, genau, Columns von 1 oder 2 oder sowas machen. Das geht natürlich alles austauschbar. Übrigens, weil ich gerade meinte 1 und 2. Wir haben natürlich hier keine 2 bei den Dingern hier. Also da geht nur 0 und 1, ist klar. Was wir aber witzigerweise machen können, das nehme ich jetzt einfach mal so vorweg und, ja, sag euch einfach mal so Bescheid. df.log, wo wir gerade bei log sind, von, in unserem Fall, sagen wir einfach mal 3, 0, 1, 2. Ich mache jetzt hier tatsächlich von 3 und setzen das auf 42. Was, glaubt ihr, wird passieren? Ich lasse das mal laufen. Und wir sehen, boom, ich habe es einfach erweitert mit dem Index. Ja, ich hätte vielleicht iLog schreiben sollen, aber wenn ich iLog schreibe, passiert das hier. Dann kriege ich nämlich ein Problem. Und in meinem Fall wäre wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte hier C reingeschrieben. Aber ihr seht, ich kann damit quasi einfach meine Indizes erweitern. Also ich kann quasi einfach einen Index appenden. Ups, nicht C natürlich, sondern in unserem Fall D. Wir haben ja bei A angefangen. Ich kann einfach weiterführen, was ich da vorhatte. Und es ist auch völlig egal, was ich hier einsetze. Also es muss nicht alphabetisch sein oder sowas. Es geht einfach so, wenn dieser Index nicht bereits bekannt ist, dann führe ich hier einfach einen neuen Index ein und hänge da was hinten dran. Das geht ziemlich easy. Was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. Und Fun Fact, das geht in beide Richtungen. Also das kann ich auch mit Spalten machen, wie gesagt, weil wir es gerade davon hatten. DF.Log von C kann ich auch setzen. Äh, Quatsch, nicht von Log. Sorry. DF einfach nur von C ist gleich 1337. Was dann passiert ist natürlich, ich setze eine neue Spalte und fülle die einfach mit 1337. Also so kann ich quasi einfach alles von nach und nach größer machen. Und ja, ich setze halt wirklich für jeden Wert diesen Wert, auch wenn er davor einfach nicht da war. Ich habe jetzt hier quasi eine neue Spalte erfunden. So kann ich das Ding auch künstlich sozusagen größer machen. Okay. Nächster Schritt ist, wenn wir wirklich einen Wert konkret auslesen wollen ähm, und das Ganze möglichst schnell machen wollen, dann werden wir wahrscheinlich nicht immer genau von diesem Ding, von diesem Ding, also werden wir das meistens nicht so umständlich machen wollen. Ähm, deswegen lasst uns das folgendermaßen machen. Wir machen das jetzt nicht von a, von äh, von klein a in diesem Fall. Damit würden wir zwar auch einen konkreten Wert bekommen, das würde gehen, aber es geht noch schneller, indem wir einfach sagen Punkt Add. Und das ist eine Variante, wie ihr da drauf zugreifen könnt. Das heißt Punkt Add. Und in unserem Fall wäre das, ähm, Groß a und Klein a zum Beispiel. Dann würden wir hier auch den Wert bekommen. Na, seht ihr? Immer dasselbe mit mir. Ähm, ja, ich bin selber reingefallen. Es muss natürlich zuerst das kleine a sein, weil wir den Index haben und dann die Spalte und dann bekommen wir die 1 raus. Also klein a, also erst die Spalte auswählen und dann die, äh, erst die Zeile auswählen. Deswegen mache ich es immer falsch und dann die Spalte auswählen. So, also zuerst Index und dann hier die Spalte. Okay, ähm, es geht einfacher. Was ich eher mache, weil ich da immer irgendwie verwirrt bin, ist, ich nehme i, also i, a, t, Index, a, t oder Index Add. Und dann können wir einfach sagen, ähm, hier zum Beispiel 1 und, ähm, hier vielleicht dann, ähm, nee, machen wir hier 2. Dann sehen wir gleich, was es ist und dann sehen wir hier die 1. Okay. So, und dann kriegen wir hier die 6. Ähm, achso stimmt, wir haben das Ding vergrößert. Verdammt. Okay, also 6 wäre in unserem Fall, ähm, der Index 2, also 0, 1, 2. 3, das wäre 2 und dann haben wir hier 0, 1, das wäre die 6. Das heißt, hier auch zuerst die Zeile, dann die Spalte. Ähm, ja, frag mich bitte nicht, warum das so rum ist. So, wir machen einen kleinen Sprung und, ähm, wir halten bitte das hier einfach im Kopf, äh, was wir hier so haben, ähm, wie das DataFrame aussieht. Und, jetzt machen wir folgendes, äh, ihr erinnert euch noch an folgende Darstellung, Print DataFrame von, ähm, ähm, DataFrame größer, ähm, größer 42. Das sollte uns größer, sagen wir größer gleich, 42. So, ähm, was das tut, ist folgendes. Es gibt uns das hier aus, ja. Ähm, das heißt, wir kriegen eigentlich nur diese Werte hier zurück und die anderen werden ignoriert. Jetzt müssen wir mal kurz drüber nachdenken, was hier genau passiert. Das bedeutet, was ist eigentlich DataFrame größer gleich 42? Nun, das gibt uns natürlich hier überall True aus, wo es größer ist oder gleich groß wie 42 und False sonst wo. Das heißt, der Zugriff hier ist quasi ein Boolean-Zugriff. Überall, wo True rauskommt, da wird der Wert zurückgegeben, überall sonst wird False, beziehungsweise, also, wo False ist, wird NAN zurückgegeben. Das heißt, die Werte werden einfach rausgefiltert. Und das kann ich mir zunutze machen. Ich kann quasi jeden Boolschen-Ausdruck hier hinschreiben, der die Form meiner Series, beziehungsweise, meines DataFrames hat. Das hat nichts mehr mit Series oder DataFrame zu tun, das funktioniert mit beiden genau gleich. Jetzt kann ich sogar hergehen und das Ganze ein kleines bisschen, ähm, ja, anders auch noch darstellen. Und zwar mit, ähm, IsIn. IsIn ist auch eine Art Boolsches Darstellen. Punkt IsIn. Und, ähm, hier rein kann ich jetzt quasi eine, eine, ja, Liste packen, ähm, und eine Liste mit Werten, die erlaubt sind. Also sagen wir, ups, 42 und 1337 sind die Werte, die erlaubt sind. Was dabei rauskommt, ist natürlich jetzt folgendes. Auch wieder eine Wahrheitsmatrix, wenn ihr so wollt. Das heißt, eine Berechnungsmatrix, die das, die diesen Filter hier quasi auch drüber angewendet hat, ähnlich wie Vergleiche oder sowas, ist IsIn ein Filter. Und natürlich kann ich jetzt mit meinem DataFrame auch da drauf zugreifen. Ich kann quasi so tun, als würde ich das für den Zugriff benutzen. Und natürlich schmeiße ich dann alle Werte raus, die bei False waren. Ähm, und die werden zu NAM. Das heißt, ich kann jeden Bullschen Ausdruck hier hinten dran packen, den ich möchte. Und der, ja, im Endeffekt für den Zugriff verwendet werden kann. Interessant ist aber folgende Situation. Nehmen wir mal an, wir haben hier nur die Zahl 1337, die in Ordnung ist. Dann sehen wir, ähm, ich habe hier zwar mit NAMs aufgefüllt, wenn dieses DataFrame jetzt allerdings eine, eine Series wäre. Also sagen wir mal, wir haben hier eine neue Series. Ähm, S ist gleich PD.Series. Und die Series ist jetzt folgendes. Tausend, ups, 1337, 42 und 45. Genau, und jetzt machen wir das alles mit der Series, Series, Series. Okay, was jetzt passiert ist folgendes. Wir kriegen hier nur noch einen Wert raus. Die anderen zwei Werte, diese beiden hier, werden einfach rausgeschmissen. Das heißt, 42, 45, die existieren einfach nicht mehr. Ähm, und das kann zum Problem werden, wenn ihr mit Daten arbeitet. Klar, beim DataFrame ist das ein bisschen was anderes jetzt. Da wird mit NAMs aufgefüllt. Bei der Series wird nicht aufgefüllt. Ähm, wenn ihr über solche Wahrheitswerte drauf zugreift. Bei der, beim DataFrame auch nicht immer. Und deswegen gibt es eine spezielle, ähm, eine spezielle Funktion für diesen Anwendungsfall. Das heißt, ich kann hier sagen, wenn ich dieselbe Shape haben möchte, wie bei der Eingabe, dann nehme ich einfach S Punkt, ups, S Punkt Where. Ähm, Achtung, das ist jetzt eine Funktion. Das ist keine eckigen Klammern mehr. Das heißt, S Punkt Where ist genau dasselbe, hält euch aber die Struktur gleich. Das heißt, hier wird einfach rausgefiltert. Also ähnlich wie beim DataFrame, wie gesagt, auch hier wird einfach rausgeschmissen, wo, ähm, die Zahlen nicht stimmen, wo diese Bedingung hier nicht gegeben ist, die wir hier in diesen, diesen Klammern drin haben und mit NANs aufgefüllt nicht die Werte rausgeschmissen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, kann ich bei meinem DataFrame auch was, also ich meine, normalerweise will man ja keine NAN-Werte haben, ja. Dann machen wir das mal hier wieder zurück auf die, auf die DataFrame-Angelegenheit. Da hatten wir ja NAN-Werte. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, ich möchte die NAN-Werte hier rauswerfen. Wie würde das denn funktionieren? Nun, ähm, das Problem ist, wir brauchen die Struktur für unser DataFrame. Wir können nicht einfach sagen, wir schmeißen jetzt die NAN-Werte raus, weil, ähm, ein, ein DataFrame muss gleich groß sein überall. Das heißt, was wir hier machen müssen, ist, wir müssen einen Replacement-Wert angeben. Ähm, und das können wir auch hierüber nicht machen, aber da kommt auch wieder die Punkt-Where-Funktion zum Tragen. Und zwar, df.isint, das geht immer noch, das ist derselbe Aufruf, da passiert nichts anderes. Es ist genau das Gleiche. Aber über where können wir noch einen kleinen zusätzlichen, ähm, ja, einen kleinen zusätzlichen Aufruf geben, sozusagen. Und zwar ein Parameter, der nennt sich, ähm, other. Other ist gleich. Und dieses Other, ähm, da können wir jetzt einen Wert eintragen, was eben die anderen Werte sein sollen. Das kann entweder ein DataFrame sein, oder es kann einfach ein einzelner Wert sein, zum Beispiel. Ich nehme jetzt hier einfach mal 5. Ähm, dann sehen wir hier, überall, wo dieser Wert hier NAN gewesen wäre, wird jetzt 5 eingetragen. Macht jetzt nur bedingt viel Sinn. Ähm, wir können natürlich auch das DataFrame selbst wieder eintragen, dann hätten wir aber nicht filtern müssen. Ähm, wir können zum Beispiel hier das negative DataFrame eintragen. Also zum Beispiel, wenn ihr filtern wollt, dass all eure Werte größer 0 sind, ähm, und dann sind halt ein paar Nicht-Null-Werte dabei. Ähm, ich mach das mal ganz kurz. Und hier sind in unserem DataFrame minus 2 und dann haben wir hier minus 5 und minus, ups, minus 4 und minus 3. So, ähm, und jetzt nehmen wir einfach mal an, wir wollen nicht is in haben, sondern wir wollen tatsächlich df größer 0 haben. Wir wollen Werte, die größer als 0 sind. Dann haben wir natürlich hier das Problem, ähm, ups, jetzt hab ich schon gespoilert. Verdammt! Tut mir leid, ich wollte nicht spoilern. Hahaha. Ähm, dann haben wir hier natürlich NAN-Werte eingetragen, wo überall negative Werte waren. Wir hätten aber auch hier einfach sagen können, wir tragen minus df ein und dann bekommen wir alle positiven Werte. Also quasi, wir drehen die negativen Werte einfach um. Ja, ich weiß, es gibt auch eine Funktion, die nennt sich ups, die macht genau dasselbe, aber ich wollte euch zeigen, das ist ein sinnvoller Anwendungsfall. Das ist so der, der praktischste, den man hat. Ähm, kurze Randnotiz hier, es gibt auch noch einen weiteren Parameter, der nennt sich in place. Den kann man auf true setzen oder auf false setzen. True bedeutet halt, es ist ein kleines bisschen langsamer vielleicht, ähm, aber nicht viel eigentlich. Und, ähm, es wird, ähm, in diesem Fall kein neues DataFrame erstellt. Also, normalerweise, wenn hier in place false ist, dann habt ihr ein neues DataFrame, was als Ergebnis dieser Funktion erstellt wird und zurückgegeben wird, als return wird. Sozusagen eine neue Variable, ihr müsst das überschreiben. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr weiterarbeiten wollt, dann mit df ist gleich schreiben. Während wenn es in place ist, dann überschreibt ihr einfach das bestehende DataFrame und, ähm, naja, dann kriege ich hier im Endeffekt NAN raus. Kann aber durchaus hier einfach wieder hergehen und mein df printen und hab alle Änderungen direkt übertragen. Also, ihr seht, normalerweise ist das Ding false. Man kann es aber auch in place machen, wenn man das möchte. Ähm, lasse ich euch im Endeffekt. Ich würde es jetzt hier einfach mal so drin stehen lassen, damit ihr auch, ähm, eine Möglichkeit habt, das nachzuvollziehen, was wir hier gemacht haben. Und damit war es das für heute auch schon wieder. Ich glaube, wir haben mehr als genug heute gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, und ja, wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.